Mammowibi Leute und willkommen zu einem neuen Alpha Pack Opening Und das ist ein ganz spezielles Alpha Pack Opening, denn ich werde auch 4 Outbreak Packs öffnen Diese Outbreak Packs hat ja jeder bekommen Zuerst werde ich jedoch 15 normale Alpha Packs öffnen, da die ja natürlich auch schöne Sachen immer drinnen halten können Und danach kommen dann die Outbreak Packs Ich hoffe natürlich den Elite-Skin zu bekommen, aber das ist sehr unwahrscheinlich So, dann fangen wir mal an direkt Oh, das geht hier aber richtig gut los Nice Oh, oh, ei, 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 sieht das heftig aus Für die Shotgun Schade, die benutze ich natürlich so gut wie gar nicht, halt nur bei Recruit, aber schön diesen Skin zu haben Gefällt mir immer natürlich, nicht doppelte Sachen zu bekommen Oh, wieder lila Oh, ja, Jackpot Jackpot Black Eyes für die Farmers Und ich benutze einfach Twitch ziemlich oft, deshalb ist das auch richtig geil, man Wow, so muss das sein So muss das sein Das Pack Luck ist da heute So Ey Kann es noch besser werden? Hm Oh, blau Ja, natürlich Blau ist immer gut Oh, Kanada Sehr schön Das habe ich ja natürlich nicht gehabt Und Ja, ich spiele sie in letzter Zeit nicht so oft Aber ab und zu ist sie immer dabei Deshalb Kann man mal versuchen Ja, okay Oh Gott Schnell weg damit So Hm, was haben wir denn noch? Wieder weiß Ja, das war klar, dass jetzt die Weißen kommen Duplikat Das habe ich schon Oh, sogar für Laien Sehr schön Für Laien habe ich ja aber schon Damaskus, glaube ich, benutze ich Oh, wieder lila Jawoll Für Caviera Da habe ich gar kein, glaube ich, so richtig schönes Kind Und ich spiele sie auch in letzter Zeit etwas häufiger, weil sie mir gefällt Und das sieht richtig cool aus Wie so eine, ähm Wie heißen die denn? Dichtungspistolen Aber Ja, ja, Silikongan, genau so heißen die Richtig nice, okay Hm Das ist gar nicht schlecht bisher Also es läuft ganz gut mit den Bags Oh Oh, wieder lila Und wieder Black Ice Und diesmal für Die MP7 Was los? Was ist los? Und für Bandit Okay, Bandit spiele ich nicht so oft, aber Mit diesem Black Ice muss ich sie natürlich benutzen Einmal Und das ist heftig, Alter Zweimal Black Ice Das, das Packlack ist heute da Auf jeden Fall So Natürlich will ich ja noch eine Headgear bekommen Das ist unser Hauptziel Aber zu solchen schönen Skins sage ich Äh, natürlich nicht nein Aber zu sowas sage ich gerne nein So Ah, wieder weiß Hatte ich das nicht? Schon wieder Duplikat Okay Ich habe sowieso 64.000 Das heißt, bald kann ich mir wieder 25 Alpha Packs kaufen Äh, das habe ich schon, glaube ich, dreimal bekommen Okay Ah, wieder Scheiße Oh, nee Aber das finde ich ganz nice Muss ich sagen, doch Das, das, das benutze ich sogar manchmal Wenn mir danach ist Weil ich finde das nicht so schlimm So Ah, schöner weißer noch Red Crow Äh Gott, ey Dann gib mir doch wenigstens was geiles, ey Aber für Kavira habe ich ja Brasil Oh, aha Ich glaube Es geht los Ich glaube, es geht los Der Controller vibriert auch viel stärker Oh Gott Bitte Nicht das gleiche Headgear Äh Der Termite Ja Okay Ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe Habe ich natürlich noch nicht Ich habe halt dieses Männchen-Anhänger Aber das finde ich cooler Also das würde ich eher benutzen Ja Warum nicht? Gerne Legendäre Anhänger Immer gerne Oh, und noch ein epischer Das ging schnell Ja Endlich Endlich Diese wollte ich haben Schon die ganze Zeit, Mann Aber ich habe es mir nie gekauft Weil es mir einfach zu teuer war Deshalb finde ich das richtig cool Dass ich es jetzt bekommen habe Ey, dieses Alpha-Pack-Openings Wird immer besser Geil Und für Operator die Spiele Bisher noch kein Verbug, glaube ich Ja Okay Okay Ja Eigentlich an sich War das ein richtig gutes Opening Also ich bin ziemlich zufrieden Zweimal Black Eyes Dann Headgear war Bullshit Aber dann Für Zwei epische noch Die ich richtig geil finde Also Gar nicht schlecht Und ein legendärer Tal ist man natürlich Nicht zu vergessen So Und jetzt kommen die Outbreak-Packs Bitteschön Komm schon Gib mir legendär Gib mir Ash Gib mir Ash Oh Legendär Oh Komm schon Komm schon Oh Okay 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 Nicht schlecht Für Lion Okay Dekontamination Kann man benutzen Finde ich okay Lion ist jetzt nicht so mein Operator Auch wenn ich ihn nur ein paar Mal gespielt habe Aber Ich habe schon ziemlich schnell gemerkt Dass er mir nicht so gut gefällt Da bin ich eher der Finkermann Aber nehme ich gerne an Okay Blau Uh Parasitenaustritt Schöner Anhänger Kann ich benutzen Auf jeden Fall Hm TCCP Also kann ich das schon für die Russen benutzen Okay Ich habe nur noch zwei Also so viel Wahrscheinlichkeit Habe ich gar nicht mehr Ash zu bekommen Okay E-Pirsch Hm Thermite Okay Ja Isolation Ich habe halt für Thermite das legendäre Deshalb Würde ich das auch wahrscheinlich nicht benutzen Aber ist okay Eigentlich ist das so gut wie jedes Pack hier Äh E-Pirsch und sowas Deshalb Ja Schade 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 Ich hätte jetzt schon echt gehofft Dass es Ash ist Aber Das war ja klar Hm Sepsis Das sieht cool aus Das Das gefällt mir ja Das sieht cool aus Das werde ich auch vielleicht benutzen Ja Schade Ash war leider nicht dabei Ich werde mir auch keine Outbreak Packs kaufen Das ist mir ein bisschen zu teuer Die wollen natürlich aber auch so ihr Geld reinbringen Kann man verstehen Aber die normalen Alpha Packs Haben mir schon gut gefallen Zweimal Black Ice Und ich hoffe Dass das nächste Alpha Pack Genauso gut laufen wird Und das wird Das nächste Mal wird ein richtig großes Also da wird mindestens 35 Packs dabei sein So Und ich hoffe Das Pack Opening hat euch gefallen Und wir sehen uns das nächste Mal Bei Rainbow Six Siege Euer Yonko Mo-san Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.